gut dann warten wir uns zum nächsten ziel und mission starten sobald den kampf der toren startest kannst du nicht aufgeben und verlierst zugriff auf alle nicht abgeschlossenen nebenmissionen die überlose echte nebenmissionen ihr satz und so die richtig alten adventurer und macht es ich konzentriere mich auf die haupt storyline so tue ich nicht alles spoilern und die wasser das spiel zulegen die haben wenigstens dann noch freude uns dinge machen dies noch nicht gesehen zum fortsetzen der kampf bei den toren sprich mit wala wang hold her off until i get there yes sir captain ahab sir can you just resist the temptation to destroy the world for five minutes i so love a good apocalypse the survival of our species hangs in the balance you feckless idiotic don't forget immature do not do anything drastic until we arrive what's that you're breaking up i can still hear you i know my sweetie na gut dann reden wir mit meso schauen wir mal was der zum sagen hat no wang there you are amiona has occupied the body oh was that the giant beast i saw trying to destroy humanity small world when gazu transferred her soul into it the strain caused it to mutate yet again oh wonderful and she's been drinking all the black rage she can reach she may already be strong enough to destroy the gates okay i'm just gonna come out and say i think this bachelorette party has gotten out of hand you think smith's antidote will even work on her it's the only option subdue her and administer the cure if it works i will place kamiko's soul back into her body then i can use kamiko for the ceiling right use me for that's his plan hey uh meso this ceiling business is that something kamiko will you know survive that's none of your concern oh thanks dad not my god damn it let me guess no gift on father's day this year go oh my father back here right oh yeah fuck that fascist prick i stop the body but i'm not giving it to fucking mess is it me or are you growing a conscience hey just don't tell anyone it's bad for business so jetzt brauchen wir wahrscheinlich die bescheuerte klinger gegen den kerper und ich weiß nicht welche das ist oh smokes look amy yonah oh that bitch that bitch she stole my body yeah i know and you're not even going to be able to throw away something stop her you what are you waiting for you must stop yelling damn my fucking head stop stop i can carry the way is this better oh hello no ammo friends you ready to kill some people it's a war you can win with the battle of you oh yeah die musik ist leihwand dazu aber irgendwie wenn ich die musik ist leihwand dazu oder so ihm limitiert Das war super. Uuuuh. Refreshing. Ah die werft einmal aus. Super. Es ist Ihr Fall, die du mit dem Klobberkopf hast. Das ist Ihr Fall, die du mit dem Klobberkopf hast. Geh dir, die du mit dem Klobberkopf hast. Oh, Gott, verdammt. Fuck, you like it rock! Mooney, 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 Mooney Mooney makes the world go round, the world go round, the world go round I'm a warrior, I'm a warrior I'm a will of the warrior I'm a will of the warrior Warrior It feels good Ch-ch-ch-ch-ch Out of the smoke On the axles I can't see the wall Naja, schon langsam gehts hier runter Äh One burning desire One burning desire Never fall Take it One burning desire You can win Take the battle One burning 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 What's up? You don't like it anymore? But I thought you wanted to die One burning One burning Two burning Ja, keine Ahnung So, war jetzt der blödes Vieh da Heftig, heftig Ja, da irgendwo noch ein Herzschlag Oh, Glücksgeks Es gibt Leute, die sind Galären mit Schuhen Zora, Neil Hurston Oder immer das ist Geh Wie komme ich denn da ein Blödes Vieh Geh Okay, hier geht's Thank you Thank me For what? Killing me Who says I'm going to kill her Quickly The body is dying We must get Comico into it before it's too late Armiona, leave my daughter's body I kill her Then I will extrem Kill her Now Before my father can doom her And trap me I will I will I wish killing you would accomplish something Is this a party or a funeral? Why the long faces? Uncle Zing What's going on What's going on What's going on What's going on I was attempting to reseal the gates But this Pion Has destroyed my best efforts And very likely doomed us all I just wanted to pet the rabbits, George You impetuous fool And the situation does sound a tad bleak There is another way This place is a soul well Is it not? It is Rather than sealing the gates closed with my sacrifice Better seal them open with my living soul Utter nonsense Is it? After all, these are gates, not walls, brother Perhaps we should align them to their purpose This world will not survive This world will change But we'll go on I was born of this energy And I can bend it to my will Allow me to rectify these wounded worlds to one another It's what I was born to do Incredible I will not be party to this madness Sometimes madness is the only course open to us I will help you, child Okay, Kamiko You all packed? I try to travel light Thank you, Lo-Wang You've been a good friend to me And a worthy partner Give them hell, okay? You can rely on it Here we go Hopefully, sure What? What? That's my girl Here we go Okay I know it's not In the last time kommen. Der wird uns dann erklären, was das Ende genau bedeutet. Ja, vielleicht dazwischen ein paar kleine News noch. Wir haben jetzt den Stream Final Fantasy 15 pausiert. Da wird es jetzt eine längere Pause geben, wenn wir draufgekommen sind. So einfach ist es Let's Play nicht, weil du musst, um ins andere Land zu reisen, einen gewissen Level haben. Und wie die chinesischen Spiele, besteht auch da großteils das aus Grinden. Das heißt, Quests machen, Gegner killen, Quests machen, Gegner killen, damit wir darauf kommen. Und ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt anschaulich ist. Wir werden es im Hintergrund vielleicht weitermachen, Grinden oder nicht. Wir werden schauen. Aber ich tendiere eher dazu. Es gibt eh schon genug Let's Play von Final Fantasy 15, dass wir das vielleicht einstellen. Aber wir bringen dafür einen Gegenzug. Ich war ja ihrer Fan von Black Mirror, von der alten Adventure Trilogie, von der Gordon Family und so weiter. Da gibt es ja den ersten Teil jetzt neu gemacht. Und der ist gestern in meine Hände gerutscht. Und ich habe mir den Anfang angeschaut und habe mir gedacht, das ist atmosphärisch und alles. Da müssen wir Let's Play machen. Das ist mystisch, Schloss, England, Geister. Eine Wahnsinnsatmosphäre. Das kommt zehnmal besser als Final Fantasy. Ich hoffe, ihr seid nicht böse. Aber wir werden jetzt als nächsten Stream eben Black Mirror bringen. Und ich hoffe, ihr seid mit dabei, wenn der Detective Salonix wieder an die Arbeit geht. Ja. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auf Schloss Black Mirror. Die Folgen starten bald. Die ersten sind schon in der Render Farm drinnen und werden dann demnächst morgen übermorgen online gestellt. Ja. Freue mich schon. Sehe euch dann auf Schloss Black Mirror. Bleibt mir gewogen. Hauptsächlich und ans Zöld. Bleibt es mir gesund. Das ist das Wichtigste. Bis dann. Euer Salonix. Ich bin Power. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018